Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Warum die Spritpreise so niedrig sind und was Experten erwarten. Spritpreise im Sinkflug – eine Analyse. Die aktuellen Spritpreise sind in den letzten Wochen spürbar gefallen, was sowohl Autofahrer als auch Wirtschaftsexperten gleichermaßen überrascht hat. Verschiedene Faktoren tragen zu diesem Rückgang bei, der in Zeiten angespannten Energiemärkte bemerkenswert ist. Experten erläutern, dass einer der Hauptgründe für die gesunkenen Preise die Stabilisierung der Rohölmärkte sei. Nach einem Anstieg der Ölpreise aufgrund geopolitischer Spannungen und Produktionsengpässe hätten sich die Marktbedingungen wieder beruhigt. Die Produzenten in den OPEC-Staaten hätten ihre Fördermengen angepasst, um ein Überangebot zu vermeiden. Dies hat dazu geführt, dass die Preise pro Barrel niedriger ausfielen, als zuvor prognostiziert wurde. Zudem spielt der verstärkte Wettbewerb unter den Anbietern eine entscheidende Rolle. Die Preissenkungen bei großen Ketten und Tankstellen haben sich auf die Preise an den Zappsäulen ausgewirkt. Experten berichten, dass der Markt in vielen Regionen überversorgt sei, was den Wettbewerb intensiviert und letztlich zu günstigeren Preisen führt. Dies sei eine positive Nachricht für Verbraucher, die in der Vergangenheit mit hohen Kosten für Treibstoff zu kämpfen hatten. Ein weiterer Aspekt seien die saisonalen Schwankungen in der Nachfrage. Gerade im Herbst sinke die Nachfrage nach Kraftstoffen, was in vielen Ländern zu einem Rückgang der Preise führe. Die Verbraucherdaten zeigen, dass die Fahrleistung im Vergleich zu den Sommermonaten abnehme, wodurch sich die ohnehin tiefen Preise weiter stabilisierten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aktuelle Spritpreise durch eine Kombination aus stabilisierten Rohölmärkten einem intensiven Wettbewerb und saisonalen Faktoren gesenkt werden. Ob diese Niedrigpreise von Dauer sein werden, bleibt jedoch abzuwarten, da die Risiken auf der globalen Marktlandschaft weiterhin bestehen. Autoren Anita Farke, Dienstag, 24. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Dauer, 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 Dauer Untertitelung des ZDF, 2020